Ich hoffe, dass wir solche Begegnungen und Reisen noch öfter machen werden, weil für mich ist das sehr schön und bewegend, dieses alles nochmal von Agnes und Eva zu hören. Und ich hoffe, dass wir so etwas noch öfter auf die Beine stellen werden oder dass das auch andere Teenager in meinem Alter erleben dürfen, weil ich finde es wirklich toll. Und als du dich gemeldet hast, wusstest du, was passieren wird? Nein. Wir haben schon gehört von Auschwitz und von Gaskammer und ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Menschen können so etwas nicht beibringen. Und jetzt sind noch immer Leute, die sagen, dass es nicht wahr ist. Ich glaube, in Deutschland gibt es auch. Ich denke nicht, dass wir zu jung sind. Ich denke, man sollte das so früh erfahren wie möglich. Vielleicht nicht mit fünf, aber wenn die Leute denken, man kann es verkraften, dann sollte man es erklärt bekommen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man darüber Bescheid weiß, sodass man etwas dagegen tun kann, dass es nie wieder passiert. Weil wenn darüber nicht gesprochen wird in der Öffentlichkeit, dann ist die Gefahr größer, dass so etwas nochmal passiert und das wäre sehr schlimm. Hallo. Ich bin Lea Rosa Lambeck und 16 Jahre alt. In den Osterferien 2002 bin ich gemeinsam mit Jugendlichen aus Berlin-Spandau nach Budapest gereist. Hier wollten wir Agnes Barter treffen, die als junge Frau nach Deutschland deportiert wurde. Glücklicherweise hat sie Zwangsarbeit und Konzentrationslager überlebt, sodass wir sie an die Orte ihrer Kindheit und Jugend und an Städten der Verschleppung begleiten können. Während dieser Reise war mir noch nicht klar, dass die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges mich noch so lange beschäftigen und ich weiterhin an diesem Projekt beteiligt bin. Also lade ich euch ein, gemeinsam mit uns und Agnes mehr über ihre Lebensgeschichte und über die Judenverfolgung in Ungarn zu erfahren. Ich war ein Einwohner am Lande, nicht in Budapest damals. Im Lande wohnten in Ungarn ungefähr 500.000 Juden. Die sind auch wir inbegriffen, also meine Familie im Jahre und im Monat 1944 bis 4. Juli deportiert worden und nach Auschwitz-Birkenau geliefert worden, transportiert worden. Dort sind die Leute meistens sofort vergast worden. Auf dieser Tafel kann man die Namen sehen, welche weggeschleppt waren von Ulpest und nie mehr zurückgekommen sind. Und der Herr Rabbiner hat drinnen erzählt, dass die Jugend liegt hier in dieser Tafel. Weil sie sind nicht zurückgekommen und konnten nicht Familie wieder bilden. Seitdem die Wende war in Ungarn und ist Demokratie geworden, seitdem melden sich immer mehr und mehr die Juden gerettet haben. Nur wenige haben die Qualen überstanden. So gelang es Agnes und Valerie, nur durch viele aufeinanderfolgende Glücksfälle zu überleben. Agnes hat mir einmal erzählt, dass sie es allein ohne eine Freundin niemals geschafft hätte. Doch zum Glück hatte Agnes eine Freundin, Edi Kisch, die in Ungarn vor der Deportation eine anerkannte Bildhauerin war. Sie schuf nach ihrer Rückkehr aus dem KZ die vier Reliefs, die sich an der Außenmauer der Synagoge von Ulpest befinden. Sie zeigen uns den Verlauf der Deportation vom Marsch entlang der Donau, der Zwangsarbeit bis hin zu den Gaskammern und der Befreiung. Das ist schon die Befreiung von der Sowjetarmee. Die Menschen waren glücklich, dass endlich bleiben sie im Leben. Und leider noch sehr viele sind danach gestorben, wenn man noch schon nicht retten konnte, weil sie schon so abgemagert und abgeschwächt waren und krank. Solche Begegnungen sind natürlich auch für Agnes sehr wichtig und etwas ganz Besonderes. Sie hat die Möglichkeit, ihre Erlebnisse vor und nach der Deportation an uns weiterzugeben. Da ist sie erst. Und dann von Paksch fahren wir nach Dunavölkberg. Da war der Sammelplatz damals. Und da bist du geboren? Ja, da bin ich geboren und alle die Verwandten waren von hier verschleppt nach Paksch. Das war der Sammelplatz. Und von da sind sie nach Auschwitz. Das war das erste und leider das letzte Foto als Fotograflagling, das ich von meiner Mutti gemacht habe. Das war mein Vater als junger Mann. Das war mein Pony. Und mit meinem Vater war ich. Das war ich als sechs Jahre altes Mädchen. Das war mein Matsko. Und da bin ich mit meiner Schwester. Das bin ich und das ist meine Schwester. Und da auf der Tanzschule haben wir zur Prüfung Vorstellungen gehabt. Mein Vater hat alles gekauft, was ich wollte. Und ich habe gesagt, ich möchte ein grünes Badezimmer haben. Das war geschafft. Das Wiedersehen mit den grünen Kacheln löste bei Agnes viele Emotionen aus. Auf der einen Seite freute sie sich sehr über den Besuch in ihrem Elternhaus, da sie selbst nur noch wenige Erinnerungsstücke an ihre Familie hat. Doch auch schwere Erinnerungen kehren in ihr zurück. Erinnerungen an ihre Familie, die schon so früh von Agnes und aus Ungarn weggerissen wurde. Nach 58 Jahren liest Agnes diese Briefe zum ersten Mal wieder. Sie sind die letzten Nachrichten, die Agnes Mutter in den letzten Tagen vor der Deportation an ihre Töchter geschrieben hat. Es sind die letzten Worte ihrer Mutter, die Agnes im Ohr klangen, als auch sie selbst wenige Monate später aus Budapest die Donau entlang getrieben wurde. Meine lieben Donnerstag. Es ist Abend. Wir sind noch immer auf dem Hof. Und die Untersuchung dauert noch. Ja, in unsere Wohnung können wir schon nicht rein. In der Nacht müssen wir draußen sein. Passt auf euch, auf meine Lieben. Vielleicht der Liebe gut. Wir tun's helfen. Dieses Denkmal hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, da es nur aus Spenden finanziert ist. Als der Schiffsbauer, der Schleifereibetrieb und die Lackiererei von dieser Absicht hörten, boten sie Material und Arbeit zur Errichtung des Denkmals kostenlos an. Dies halte ich für sehr bewundernswert, da es solche Denkmäler in Ungarn äußerst selten gibt. Zudem ist es ein gutes Beispiel, wenn ich bedenke, wie lange in Deutschland über ein Denkmal diskutiert wird. Beim Bau der Gedenkstätte wurde aber auch eine erschreckende Entdeckung gemacht. Als das Betonfundament für das Denkmal in den Boden des Friedhofs gegossen werden sollte, stießen die Arbeiter schon nach wenigen Spatenstichen auf Knochen und Gebeine. Sie standen auf einem Massengrab. Aus dem Land wurden sie mit Lastwagen deportiert und als das aus Budapest begonnen war, sagte man, es gibt keinen Lastwagen mehr. Dann sagten die Pferdkreuzer, die ungarischen Faschisten, dann gehen sie zu Fuß. Liebe Kato, wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag und hoffen, dass du weiterhin so fröhlich und munter bist und gesund bleibst. Kato, ich habe eine kleine Rede für die Frau Bremse. Alles Gute zum 83. Geburtstag wünsche ich dir. Kato, ich finde es bewundernswert, wie du mit 82 Jahren die Treppen hinaufgehst. Ich wünsche dir in deinem Leben Glück, Spaß und viele Jahre mit Agnes. Ich kann zwar nicht ganz nachvollziehen, was du durchgemacht hast, aber ich kann dazu beitragen, dass sowas nicht mehr vorkommt und ein gesundes, langes Leben. Für die Schüler der Wilhelm-Leuschner-Oberschule, Michael, Giacomo, Oliver und Monique, ist es heute das erste Mal, dass sie sich mit dem Bilderalbum Deportation von Edi Kisch beschäftigen können. Sie waren erst kurz vor der Reise zu unserer Gruppe gestoßen, sodass sie noch nicht so sehr mit den Bildern vertraut sind, wie Janett, Franziska, Jessica und ich. Wir haben zu diesen Bildern schon einen ganz besonderen Bezug, seitdem uns Helmut die Originale gezeigt hat. Sie waren der Auslöser für unsere Beschäftigung mit Zwangsarbeit und Verschleppung. So begannen wir in einer kleinen Gruppe Konfirmanden nach der Begegnung mit den Bildern schon ein Jahr vor unserer Reise, uns intensiv mit Edis Bilderalbum auseinanderzusetzen. Wir schrieben unsere Gedanken und Gefühle zu den Bildern auf und verfassten erklärende Texte für die geplante Ausstellung Sehen und Verstehen im ökumenischen Zentrum Berlin Spandau. Wir informierten uns über Edis und Agnes persönliche Geschichte und nach ein paar Monaten wurde diese Arbeit sogar mit einem ersten Treffen mit Agnes gekrönt. Dieses Bild zeigt Agnes und Edith. Beide sind knochig und dünn. In ihren Augen ist kaum noch ein Funken Hoffnung auf Rettung. Beide haben zudem schon weiße Haare, da der Körper unter solchen Bedingungen besonders schnell altert und leidet. Es drückt auch aus, dass diese Zeit Agnes und Edith besonders lang vorkam. Die Freundschaft war da sehr wichtig, nicht allein zu sein. Weil einer ganz unten war, war die andere tapfer und hat gesagt, halt aus, es dauert nicht lange und wir überstehen es. Es muss eine Zeitsage bleiben, der das alles erzählt. Die Frau sieht sehr erschöpft und müde aus. Wahrscheinlich hat sie gerade Pause. Im Hintergrund sieht man die Maschine, an der sie vielleicht arbeitet. Es war kein Wunder, dass wir alle sehr müde waren. Der Schicht war doch zu lange. Die kürzeste Schicht war zwölf Stunden. Und dann 24 Stunden und am Monatende sogar 36 Stunden. Wie man das aushalten kann, kann ich jetzt selber nicht verstehen. Das Licht in der dunklen Umgebung ist der Mittelpunkt. Es ist Hoffnung auf Rettung und das grausame Leben wird verdrängt. Die Frauen sitzen beieinander und träumen von einem besseren Leben. Sie denken an ihre Familien und fragen sich auch, ob sie noch leben und ob sie sie bald wiedersehen. Weihnachten. Dieses Bild ist wie ein Ruhepunkt, an dem jeder Zeit für sich hat und Platz für die Hoffnung. Denn die Hoffnung geht als letztes.